Wird es dein Leben verändern, zu wissen, welches die Aktien sind, die die bekanntesten Investoren der Welt mal wieder gekauft haben? Wahrscheinlich nicht. Ist da die nächste große Aktie mit dabei, die dir finanzielle Unabhängigkeit auf Ewigkeit bescheren wird? Ganz sicher nicht. Haben wir uns hier trotzdem mal wieder versammelt, um uns die Unternehmen anzusehen, in die die bekanntesten Investoren der Welt mal wieder investiert haben? Aber selbstverständlich. Und deswegen habe ich mir mal wieder die Mühe gemacht, aus all den Filings die Daten und Fakten zusammenzusuchen, um euch in diesem Video die Unternehmen zu präsentieren, die die bekanntesten Investoren der Welt gerade gekauft haben. Und zwar mit Überzeugung gekauft haben. Aber vorher möchte ich mich ganz herzlich bedanken, denn wir haben die 10.000 Abonnenten geknackt. Ich kann es ehrlicherweise selber noch nicht so ganz fassen. Ich bin vor mittlerweile fast drei Jahren auf diesem Kanal mit dem Ziel gestartet, vielleicht irgendwann mal diese 10.000 Abonnentengrenze zu überschreiten. Und dass es jetzt soweit ist, fühlt sich fast ein bisschen komisch an. Ich wollte nie 100.000 haben, ich wollte nie eine Million haben. Ich wollte diese 10.000 haben. Das hat mir immer genügt und das erreicht zu haben, ja, ist schon crazy. Und da möchte ich mich vor allen Dingen bei jedem von euch einmal bedanken. Bei jedem, der hier wöchentlich einschaltet, bei jedem, der hier fleißig Kommentare schreibt. Das sind letztendlich die Zuschauer, die ich wahrnehme, die ich sehe. Das gibt mir unfassbar viel Motivation und ich durfte hier unfassbar viel lernen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Das Ganze kommt natürlich auch mit großen Opportunitätskosten. Ich verdiene hiermit so gut wie nichts. Das Ganze ist ein Passion Project, was ich neben meinem normalen Leben führe. Und das ist nicht immer ganz einfach. Das war besonders in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr schwer hier im Auslandssemester in Mexiko City. Und ich habe auch auf sehr viel verzichtet. Aber der Kanal gibt mir auch einfach unfassbar viel. Und deswegen einfach einmal danke bei jedem von euch, der, ja, Teil des Weges bis jetzt war. Und nächste Woche schreibe ich jetzt hier meine Finals, habe nicht so viel Zeit. Deswegen vor meinem Abflug kann ich vielleicht nochmal ein großes Q&A aufnehmen mit all euren Fragen. Das heißt, falls ihr irgendwas schon mal wissen wolltet, sei es zu dem Behind-the-Scenes von dem Kanal, sei es zu irgendwelchen Aktien-Sachen, sei es zu Teilen von meinem Privatleben, muss ich schauen, was ich da beantworte. Also packt das Ganze alles gerne hier in die Kommentare, dann schaue ich mir das an und kann vielleicht ein kleines Fragen-und-Antwort-Video aufnehmen und das dann im Flugzeug schneiden. Für was anderes habe ich wahrscheinlich nächste Woche keine Zeit, aber das wäre so die Gelegenheit. Deswegen macht das gerne und dann denke ich mir mit Sicherheit nochmal was aus, was ich vielleicht irgendwie als, nicht als Special machen kann, aber als kleines Extra-Video. Aber das soll es damit gewesen sein. Vielen, vielen Dank. Jetzt geht es mit dem Video weiter. Also zurück zu den Aktien der Superinvestoren. Wo haben wir die Daten eigentlich her? Es ist so, dass in den USA jeder Investmentfonds, der über 100 Millionen US-Dollar Kapital verwaltet, dazu verpflichtet ist, quartalsweise seine Investmentaktivitäten offen zu legen. In den sogenannten 13F-Fightings, da können wir dann alle Aktienkäufe und Verkäufe einsehen. Es gibt eine Website, die uns das Leben deutlich vereinfacht und die nennt sich Data Roamer. Auf Data Roamer werden rund 80 Superinvestoren getrackt. Das sind letztendlich einfach nur bekannte Investoren, die in ihrem Leben eben schon gezeigt haben, dass sie ein bisschen was drauf haben. Und diese Website nutzt diese 13F-Fightings, fasst die zusammen und dann sehen wir das Portfolio von all diesen Superinvestoren und die Veränderungen im Depot. Und das Ganze können wir uns natürlich anschauen. Da wollte ich aber nicht aufhören, sondern ich bin noch einen Schritt weiter gegangen, um aus diesen Filings wirklich Mehrwert zu ziehen. Und es gibt für jedes Unternehmen auf der Website namens Data Roamer zwei Datenpunkte. Und zwar einmal, wie viele Superinvestoren haben zugeschlagen und mit wie viel Prozent ihres Portfolios haben sie die neue Position oder den Zukauf im Schnitt gewichtet. Und aus diesen beiden Datenpunkten habe ich ein neues Ranking erstellt, um die drei Aktien zu finden oder die drei Aktienkäufe, hinter denen die größte Überzeugung steckt. Die werde ich euch am Ende des Videos präsentieren, diese drei Aktien. Vorher wollen wir aber bei einigen der Superinvestoren, das hört sich scheiß an, Superinvestoren, aber bei einigen dieser bekannten Investoren eben nochmal ins Depot schauen, um zu sehen, wie sieht das Depot aktuell aus, was für Veränderungen gab es und wo muss man eventuell genauer hinschauen, beziehungsweise kann sich die eine oder andere Sache abgucken. Also, blinken wir auf die interessantesten Depotveränderungen der bekannten Investoren. Wir starten mit unserem Lieblingsinvestment-Opa, Warren Buffett. Und hier möchte ich direkt mal was loswerden, weil gerade, wenn man auf das Depot von Warren Buffett schaut, werden immer einige Fehler gemacht im Blick auf das Portfolio. Und ich möchte hier kein Moralapostee sein und sagen, ich war der Erste, der sich die 13F-Filings angeschaut hat und das Ganze auf YouTube veröffentlicht. Ich habe mir das ganze Konzept aus den USA abgeschaut. Ich glaube, ich war der Erste in Deutschland, der das gemacht hat. Jetzt machen das auch einige deutsche Finanz-YouTuber. Sollen sie machen. Habe ich gar kein Problem mit, aber dann bitte richtig. Warren Buffett managt das Investmentportfolio von Berkshire Hathaway, das Unternehmen, bei dem er auch Geschäftsführer ist. Berkshire Hathaway ist ein ganz normales Unternehmen, wie jedes andere auch. Die haben eine Energiesparte, die haben eine Immobiliensparte, die haben eine Versicherungssparte, also echte Geschäfte mit Day-to-Day Operations. Und dann haben sie eben noch dieses große Investmentportfolio, welches über die Zeit gewachsen ist, welches jetzt eben einen großen Teil des Unternehmens ausmacht. Aber wenn man in Berkshire Hathaway investiert, investiert man eben noch in deutlich mehr als nur in deren Aktienportfolio. Und das verstehen viele immer nicht so ganz. Also wenn man in Berkshire Hathaway investiert, investiert man zum Beispiel, wenn wir jetzt das Depot anschauen, nicht die Hälfte seines Geldes direkt in Apple. Nur weil Apple eine 50% Position im Investmentportfolio ist, das nur vorneweg. Aber wenn wir mal auf die Position von Buffy schauen, und das sind so ungefähr die ersten 10 bis 15 Positionen des Portfolios, die er selber managt, also alles was wichtig ist quasi, dann sehen wir, dass er bei zwei Positionen dieses Quartal oder im vergangenen Quartal die Position reduziert hat. Und das ist bei Chevron und bei HP. Chevron ist eines der größten Öl-Unternehmen der Welt. Aramco ist größer. Ich weiß nicht, welche anderen Schwergewichte es noch gibt, die vielleicht einen Ticken größer sind. Aber die Position reduziert er leicht. Charlie Munger und Warren Buffett haben ein sehr gutes Händchen bei Öl-Investments, auch in der Vergangenheit bewiesen, haben über viele Jahrzehnte in Energieunternehmen investiert, operieren mit Berkshire Hathaway selber eine Energiesparte, also die kennen sich auf jeden Fall aus und sind langfristig sehr optimistisch, was den Ölpreis angeht. Trotzdem nimmt er da jetzt ein bisschen Luft raus, zeigt vielleicht, dass er nicht mehr so ganz so bullish ist, was die Öl-Investments angeht. Trotzdem bleibt das eine große Position. Also Chevron und Occidental Petroleum machen gemeinsam knapp 10% des Portfolios aus. Man hat über die Zeit gesehen, dass er die Occidental Petroleum Position ein bisschen besser findet als die Chevron Position. Sie sind da aber auch sehr begrenzt, in was sie überhaupt noch investieren können. Also Berkshire Hathaway verwaltet einfach so viel Kapital, dass ihnen nichts anderes übrig bleibt, als in die größten Öl-Unternehmen der Welt zu investieren, weil alle, die kleiner sind, würden sie einfach sofort schlucken. HP überrascht mich nicht, dass er die Position reduziert, ist aus meiner Sicht einfach kein gutes Geschäft. Die stellen Tastaturen her, Mäuse, so Computer, Zubehör und so weiter. Das war während der Pandemie, lief das Geschäft natürlich sehr, sehr gut. Relativ günstig sind die bewertet, aber ich sehe eben nicht, dass das Geschäftsmodell langfristig Bestand hat. Und da geht er aus der Position jetzt leicht wieder raus, macht aber weniger als 1% des Depots aus. Also irgendwo auch irrelevant, ansonsten hat sich so gut wie nichts verändert. Schauen wir beim nächsten ins Depot und das ist kein geringerer als Bill Eggman. Der liebe Billy ist als aktivistischer Investor bekannt geworden und nimmt sehr gerne sehr konträre Positionen ein, wo man auf jeden Fall zweimal hingucken muss. Und dafür steckt er auch immer mal wieder ordentlich Kritik ein. Er ist aber eigentlich das perfekte Beispiel, um zu sehen, dass man nicht mit jeder Idee richtig liegen muss, um Geld zu verdienen, sondern meistens reicht es, wenn 30 oder 40% seiner Ideen aufgehen, um tatsächlich im Endeffekt Geld zu verdienen. Und viele sagen, dass er mittlerweile schon sehr nah an der Sonne fliegt. Ich würde sagen, er liegt einfach ziemlich häufig richtig und das beweist er Quartal für Quartal. An manchen seiner Position hält er jetzt schon mehrere Jahre fest. Er hat einen relativ geringen Turnover in seinem Depot. Heißt, er kauft Unternehmen und hält lange an ihnen fest. Also ein relativ klassischer Buy-and-Hold-Approach im Prinzip. Ganz oben steht Chipotle, wenngleich das nicht seine größte Position ist, kommen wir darauf zu sprechen. Aber mit denen hat er auf jeden Fall eine ganze Menge Geld verdient, war da relativ früh am Start und hat mit Restaurant-Investments auch immer ein sehr gutes Händchen bewiesen. Chipotle ist die mexikanische Restaurant-Kette, die, glaube ich, jeder kennt, der mal in den USA war. Mittlerweile gibt es die auch in Frankfurt. Ich weiß nicht, ob die noch andere Filialen in Deutschland haben, aber die wollten erstmal nicht international expandieren. Es gibt dafür verschiedene Gründe. Auch auf der zweiten Position ist ein Restaurantunternehmen im Prinzip und zwar Restaurant Brands International. Das ist die Holding hinter Unternehmen wie Burger King und Popeyes, die in letzter Zeit sehr gut gelaufen sind und sich richtig gut entwickeln. Ich glaube, die Wachstumsraten für In-Store-Sales-Growth, also wie stark die einzelnen Restaurants wachsen, organisch liegt 30% über dem Vor-Pandemie-Niveau. Also läuft richtig, richtig gut, wenngleich man jetzt nicht denken würde, dass Burger King vielleicht so eine Top-Marke ist, weil die ja schon deutlich hinter McDonalds stehen, zumindest in Europa, in den USA. Aber es gibt eben einige Länder, wo besonders Burger King richtig gut funktioniert. Besonders Popeyes läuft auch in den USA richtig gut. Deswegen, da ist man auf einem guten Weg. Das ist seine zweitgrößte Position. Was jetzt aber so richtig spannend ist, ist seine Alphabet-Position, beziehungsweise wir können auch Google dazu sagen. Und zwar ist die in zwei unterschiedliche Aktienklassen aufgesplittet. Einmal die Type-C-Shares und einmal die normalen Aktien. Und zusammengefasst macht diese Position über 17% aus und ist damit in Wirklichkeit seine größte Position, wo er gerade ordentlich aufgestockt hat. Und er hat vor knapp zwei Monaten auf irgendeiner Bühne in einem Interview das Ganze mal erläutert. Und es ist eine sehr konträre Position, würde ich sagen, weil ja viele sagen, dass Google im Race to AI gerade ein bisschen schlapp macht. Und da hat er eine deutlich andere Meinung zu. Was B. Eggman sagt, ist, dass Google alles, was AI angeht, eigentlich ziemlich vorne mit dabei ist, aber sie einfach in der Öffentlichkeitsarbeit einen sehr schlechten Job gemacht haben. Also es war im Prinzip ein Versagen ihres PR-Teams. Die zweite Sache, die er dazu addet, ist, dass Google die meisten Daten hat als Unternehmen weltweit und eben all ihre AI-Models auf diesen Daten legal trainieren darf. Das ist was, was OpenAI nicht hat. OpenAI wird eher wie ein Startup geführt. Ich könnte mir vorstellen, dass ihre Models da ab und zu auch auf Daten trainiert werden, was nicht erlaubt ist. Aber letztendlich ist das eines der großen Vorteile, die Google hat. Sie arbeiten da schon seit vielen Jahren dran mit ihrer DeepMind-Sparte. Und er sieht da Google ein ganzes Stück weiter vorne, als man davon eventuell momentan ausgehen würde. Und letztendlich ist Google auch das Unternehmen, was ja eigentlich prädestiniert dafür ist, von AI zu profitieren. Und er blickt da eben ein bisschen positiver in die Zukunft. Auch bei Hilton hat er dazu gekauft. Hilton Worldwide Holdings. Ein riesiges Hotelkonglomerat. Also unfassbar, was für Hotels alle zu denen gehören. Habe ich mir auch mal kurz angeschaut, in Hotels einzusteigen, ist dann doch etwas komplizierter. Da müsste man sich schon mehr mit beschäftigen. Deswegen kann ich dazu jetzt nicht so viel sagen. Schauen wir beim Michael Burry rein, dem Crash-Propheten, wie er in Deutschland gerne mal genannt wird. Burry führt sein Depot eher so, als wäre es eine kleine Comedy-Show. Und er krempelt das Depot eigentlich jedes Quartal um 180 Grad um. Das hat er auch dieses Mal wieder gemacht. Aber überraschenderweise habe ich eine Position gefunden, die ich selber auch gerade ganz spannend finde. Das heißt, er hat da nicht willkürlich, glaube ich, irgendwelche Unternehmen gekauft, sondern macht sich schon noch ein paar Gedanken dazu. Wenngleich das Geld, was er momentan investiert hat, nur ein kleiner Teil ist von dem, was er investieren könnte. Also er ist immer noch relativ passiv unterwegs. Und zwar seine größte Position ist jetzt Stellantis. Stellantis ist das Unternehmen, was eigentlich alle Automarken kombiniert, die keiner haben möchte. Darunter fallen unter anderem eben Jeep, Opel, Citroën, Dodge, Maserati, Peugeot und so weiter. Ich habe es euch hier natürlich auch nochmal eingeblendet. Ich hoffe, da fühlt sich niemand auf die Füße getreten, der sagt, vor 30 Jahren habe ich von meinem Vater den Alfa Romeo GT 1300 Junior übernommen. Top Auto und Jeep produziert tolle Autos und Opel, super. Ja, weiß ich nicht. Also die Marken sind schon eher so zweite Kategorie, muss man dazu sagen. Was ich jetzt aber interessant finde, ist, dass man Stellantis momentan für ein Apfel und ein Ei bekommt. Und die werden mit dreimal Gewinn bewertet, mit fünfmal Free Cashflow ungefähr. Man hat eine aktuelle siebenprozentige Dividendenrendite. Also es ist wirklich, wirklich günstig. Und es wird quasi wie ein Unternehmen bewertet, was in den nächsten zehn Jahren ausstirbt. Und ich glaube, soweit ist es tatsächlich noch nicht. Eine weitere Sache, die man aus seinen Willen Depotveränderungen mitnehmen kann, ist, dass er eben wieder bei chinesischen Unternehmen investiert ist. Und da hat er tatsächlich immer ein richtig gutes Händchen bewahrt. Also da kann man vielleicht ein bisschen was draus mitnehmen. Er ist wieder bei Alibaba drin und bei JD.com drin. Das sind zwei Unternehmen in China, die einfach, ja, also da fragt man sich, wie weit können sie noch fallen. Wenn man sich das fragt, kann das Unternehmen sich aber immer noch halbieren. Aber die Unternehmen sind wirklich super, super günstig geworden. Die Frage ist, wie viel günstiger werden sie noch? Ich habe keine Ahnung. Alibaba versucht jetzt Kapital erstmalig an ausländische Aktionäre auch abzuführen. Bleibt abzuwarten, wie lange sich die chinesische Regierung das genau anschaut. Ich kann mir schwer vorstellen, dass die da nicht irgendwann einschreiten. Aber ja, das muss man sich dann eben im Einzelfall genauer anschauen. Ihr werdet im nächsten Depot-Update von mir sehen, was ich mit meinen China-Positionen gemacht habe, beziehungsweise meiner Tenzin-Position. Denn da gab es eine Veränderung, aber das werde ich dann erklären. Bevor wir auf die drei Aktien schauen, die ich identifiziert habe, schauen wir nochmal in das Portfolio rein von Guy Speer, den ihr eventuell noch nicht kennt. Guy Speer ist niemand, der selber sehr präsent ist in der Öffentlichkeit, aber er ist einer, der von all den anderen bekannten Investoren sehr geschätzt wird. Er ist ein Value-Investor, der jedes Jahr vielleicht in ein, zwei, vielleicht drei neue Ideen investiert und einen super geringen Turnover in seinem Depot hat. Also nur ganz, ganz selten verändert er irgendwas. Er kauft Unternehmen und hält meistens über zehn Jahre an ihnen fest. Und da sind einige spannende Unternehmen auf jeden Fall dabei. Ich wollte euch das einfach mal zeigen, auch wenn sich die letzten zwei Quartale, wie gesagt, einfach mal gar nichts verändert hat. Wenn man auf der Suche ist nach qualitativen Unternehmen mit Home Return on Invested Capital, dann kann man eigentlich einfach sein Depot nehmen und das von oben bis unten durcharbeiten. Die einzigen beiden Aktien, die ich da ausklammern würde, wären Seritage Growth Properties. Ich habe keine Ahnung, was die Aktie noch in seinem Depot verloren hat. Das muss irgendwelche steuerliche Gründe haben oder so. Ich habe keine Ahnung. Und Daily Journey Corp ist, glaube ich, nur in seinem Portfolio drin, weil er eben sehr gut mit Charlie Manga befreundet ist. Da wollte ich euch schon mal darauf vorbereiten, dass wir uns das Depot, beziehungsweise Guy Spear selber wahrscheinlich in den kommenden Videos irgendwann nochmal genauer anschauen werden. Ein sehr interessanter Mann mit einem sehr vernünftigen Investmentansatz. So, jetzt kommen wir aber auf die drei Aktien zu sprechen, von denen ich euch erzählt habe, die ich rausgearbeitet habe und ein kleines eigenes Ranking erstellt habe. Das sind drei Aktien, die auf der einen Seite sehr häufig zugekauft wurden von vielen unterschiedlichen Superinvestoren, aber eben auch mit relativ großen Positionsgrößen zugekauft wurden. Also da steckt wirklich Überzeugung dahinter. Und auf Position 1 ist eine Aktie, die vielleicht nicht jeder da erwartet hätte, die für mich auf jeden Fall so eine kleine Überraschung war, aber sehr schön, die auf Position 1 zu sehen. Starten wir aber erstmal mit Position 3 und auf dieser befindet sich eine Aktie, die ich schon in einem der vergangenen Videos mal angesprochen habe, und zwar Dollar General. Diese Aktie wurde von insgesamt sechs der Superinvestoren zugekauft und von keinem einzigen verkauft. Im Schnitt wurden 0,152% ihrer Portfolio hier frisch angelegt. Das hört sich erstmal nicht nach viel an, ist es aber verhältnismäßig, denn es handelt sich hier um einen Durchschnitt. Besonders Christopher Bloomstrand und Herr Dorsey haben ganz gut zugelangt, auch Seth Klarman hat mal wieder zugekauft, also einige gute Investoren hier dabei. Dollar General ist quasi Walmart für abgelegene Orte oder wo Menschen mit weniger Geld leben. Das braucht man nicht zu beschönigen, ich glaube der Name gibt es schon her. Es ist quasi wie ein großer Tankstellenladen. Anstatt 100 Shampoos gibt es bei ihnen nur 15 Shampoos, anstatt 50 unterschiedliche Waschmittel kann man bei Dollar General eben nur ein Waschmittel kaufen. Das gibt ihnen eine extrem hohe Verhandlungsmacht gegenüber den Produzenten von der Produkte, die sie vertreiben, weil jedes der Produkte, die im Regal von Dollar General stehen, müssen quasi gekauft werden, weil die Konsumenten gar keine andere Wahl haben. Der Aktienkurs ist ordentlich abgeschmiert und so langsam steigen die ersten Investoren aber wieder ein und sehen das Ganze für eine gute Gelegenheit, um sich hier langfristig zu positionieren. Die Situation von Dollar General ist eigentlich relativ schnell erklärt. Das Unternehmen wird aktuell mit einem KGV von 13 oder von 14 gehandelt, also verhältnismäßig günstig. Die wachsen so mit 10% im Jahr, aber der Free Cashflow ist noch absolut im Keller. Jetzt möchte man als Anleger insgesamt eigentlich sehen, dass der Nettogewinn und der Free Cashflow ungefähr auf einem Level sind. Wenn es da große Diskrepanzen gibt, muss man sich fragen, wo diese Diskrepanzen herkommen. Der Free Cashflow hat jetzt aber einen deutlichen Hit genommen und das ist, weil die Kapitalausgaben zwischen 2022 und 2023 um fast 50% angestiegen sind bei Dollar General. Woran das liegt, kann ich nicht genau sagen, da muss man in den Geschäftsbericht für schauen, aber beim Free Cashflow, wenn man alle Non-Cash-Expenses eben wieder zurückaddiert hat, muss man eben die Kapitalausgaben abziehen, um auf den Free Cashflow zu kommen und das Ganze sieht dann jetzt doch etwas erbärmlich aus, aber die Investoren gehen davon aus, dass sich das in den kommenden Jahren wieder bessert und dann hätte man hier ein sehr solides Investment. Man muss aber ein bisschen vorsichtig sein, weil sich ja das grundlegende Geschäft von Dollar General schon ein bisschen verändert hat, weil Walmart und die anderen großen Supermarktketten eben die Konsumenten, die ein kleineres Budget haben, mittlerweile deutlich besser anspricht, als sie das in der Vergangenheit getan haben. Das heißt, es könnte in der Zukunft trotzdem schwierig bleiben. Auf Position 2 befindet sich einer meiner Lieblinge und das ist Meta. Und das Ganze, obwohl der Aktienkurs mittlerweile eine riesige Erholung genommen hat. Ohne Meta würde ein Großteil der Unternehmen nicht existieren. Facebook-Ads ist aus der Wirtschaft nicht wegzudenken und sie fangen jetzt an, WhatsApp so richtig zu monetarisieren. Ach ja, und dann wäre da ja noch diese langfristige VR-Wette, an die niemand glaubt. Meta ist bei mir im Portfolio die zweitgrößte Position mit einer schlappen 40%igen Gewichtung und ich sehe auch kein Szenario, in dem ich Meta in den nächsten 5 Jahren verkaufen werde. Mit Sicherheit wird es Unternehmen geben, die mehr von dem ganzen AI-Boom profitieren und es wird Hype-Unternehmen geben wie Nvidia, die tatsächlich auch das einlösen, was sie versprechen. Aber ich bin da sehr zufrieden mit meiner Meta-Position. Ich gratuliere jedem, der noch eine bessere Rendite macht, als Meta dann in den kommenden Jahren machen werde. Ich bin mir aber damit einfach ziemlich sicher. Und deswegen bleibe ich dabei und sehe keinen Grund daran, irgendwas zu verändern. Top-Unternehmen, was größere Burgleben hat, als alle das immer denken. Und Platz 1 war für mich eine echte Überraschung. Ein Unternehmen, wo ich gerade schon mal ein bisschen reingeschaut habe, weil ich das ganz spannend finde und das ist Disney. Disney hat es so hart getroffen, dass sie eventuell noch eine Chance haben, wieder zu alter Stärke zurückzukommen. Was ich damit meine, ist relativ simpel und ist ein Konzept, was viele von euch wahrscheinlich schon kennen. Das Ganze nennt sich Innovators Dilemma, dass eben die erfolgreichen Unternehmen der vergangenen Technologien es schwer haben, auf die neuen Technologien umzusteigen, weil sie damit automatisch das alte Geschäft kannibalisieren. So wie Disney mit Kabelfernsehen und dem Umstieg auf Streaming, den sie so ein bisschen verpasst haben, aber da jetzt ordentlich aufholen. Die Pandemie hat Disney unfassbar zugesetzt, die Parkschließung, dann der Erfolg von Netflix und ich glaube jetzt ist jedem bei Disney klar, dass da ein großer Turnaround her muss. Hier können wir uns mal ansehen, wie Disney eigentlich Geld verdient. Und auf der linken Seite sehen wir, dass das Geschäft in zwei Sparten unterteilt ist und zwar einmal Entertainment und Experiences. Experiences sind einfach ihre Parks, also Disneyland hauptsächlich und unter Entertainment fassen sie ihre Linear Networks, also ABC, National Geographic, Disney Channel und so weiter. Direkt-to-Consumer ist ihr Streaming-Angebot, also Hulu und Disney Plus und dann gibt es noch die Licensing-Marken mit Marvel Studios, Pixar und so weiter. Sports weisen sie einzeln aus, ESPN, da gibt es ordentliche Probleme, aber auch da kriegen sie es so langsam hin, dass sie ESPN ein bisschen besser monetarisieren. Im Streaming-Bereich läuft es eigentlich ganz gut. Man sieht hier natürlich, Netflix ist die unangefochtene Nummer 1 mit 247 Millionen Abonnenten, aber Disney braucht sich nicht zu verstecken, weil zu Disney eben nicht nur Disney Plus mit den 150 Millionen Abonnenten gehört, sondern eben auch Hulu und ESPN. Und zusammengefasst ist man da dann schon ein ganzes Stück näher an Netflix dran, als das jetzt hier aussieht. Analysten gehen im nächsten Jahr schon wieder von Earnings per Share von 4 Dollar aus. Dann wäre man irgendwo bei einem 25er KGV bei einem Aktienkurs von ungefähr 100 Dollar heute. Die Jahre danach könnten dann noch deutlich, deutlich besser werden. Man geht dann irgendwann schon wieder von 8 Dollar pro Aktie aus und wenn Disney tatsächlich diese Kosteneinsparungen, die sie versprechen, von über 7,5 Milliarden auch hinbekommen und man dann tatsächlich auch wieder ordentlich profitabel wird, dann könnte das ein sehr guter Turnaround-Kandidat sein. Turnaround ist auch das Stichwort. Ich finde das sehr, sehr spannend, dass sich diese Investoren alle die großen Turnaround-Kandidaten aussuchen. Denn letztendlich sind all diese Investoren begrenzt, in was für Unternehmen sie noch investieren können, weil sie eben das Kapital irgendwie angelegt bekommen müssen. Damit fallen alle kleinen Unternehmen weg. Bedeutet, sie stürzen sich irgendwie auf die großen Unternehmen, die vielleicht eine ganze Menge Potenzial haben und das sind eben diese Turnaround-Kandidaten, die aber nicht ganz einfach zu identifizieren sind, ob sie dann den Turnaround letztendlich auch hinbekommen. Das kann eben nicht immer so gut laufen wie bei Meta. Das soll es aber von heute gewesen sein. Mal wieder ein kleiner Überblick darüber, was die Superinvestoren gerade so treiben, welche Unternehmen sie kaufen und wie sich die Depots von ihnen verändert haben. Ich habe nur die drangenommen, die auch interessant war. Bei den anderen hat sich eben nicht so viel verändert oder es war nicht so spannend. Lasst gerne ein Abo da und vielen, vielen Dank für die 10.000 Abonnenten. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Reingehauen.